Moin, mein Name ist Klaas Meier, ich bin bei MAS Seeds, Gebietsleiter für Niedersachsen. Wir befinden uns hier westlich von Hannover am Steinhuder Meer. Ich möchte euch gerne die Sorte MAS 23M vorstellen. Es ist ein Silo 250, Körnermals 250, reine Zahnmaisgenetik. Die Sorte MAS 23M ist eine Sorte aus unserem Waterlock Programm. Unser Waterlock Programm zeichnet sich aus durch eine frühe Blüte, durch eine gleichmäßige Blüte und durch ein besonders großes Wurzelwachstum. Sie holt den letzten Tropfen Wasser aus dem Boden heraus. Dadurch, dass die Sorte MAS 23M einen großen Kolben hat, hat sie auch besonders viel Stärke. Meine Empfehlung MAS 23M für eine grasbetonte Ration oder für ein Mastbetrieb. Da passt der MAS 23M durch seine Zahnmaisgenetik optimal hin.